Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute als 8-köpfige SEK- und Zivilpolizeistreife unterwegs in unserem Riesensprinter. Das heißt, die Kriminellen werden bei Überfällen einfach komplett überfordert sein, weil plötzlich einfach 8 Polizisten vor denen stehen und die werden damit, denke ich, so dermaßen rasieren. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Let's go! Wir fahren auf jeden Fall direkt zum ersten Einsatz und zwar wurde der Juwelier eben überfallen. Und da fahren wir jetzt direkt mal hin. Wir sind halt auf jeden Fall hier 8 Leute drin, die alle Polizei oder SEK sind. Damit werden wir, denke ich, bei einem Überfall ziemlich gut abrocknen. Und da wäre ein Lambo. Da könnten wir mal hinterher gucken. Vielleicht ist da ja irgendwas mit dem dran, dass er wanted ist vielleicht. Alles klar, verfolgen ihn bis zur Polizeistation. Ist aber leider nicht wanted. Schade. Hier wäre noch ein Porsche. Können wir da kurz Kennzeichen angucken, wenn der G10 nicht im Weg ist. H, H, P, Y, okay. Ja, ist wanted, ist wanted. Hat zwei Sterne, ein Kassenraub direkt hinterher. Das könnte natürlich auch sehr, sehr lange dauern, beziehungsweise wird halt jetzt relativ schwierig, mit unserem Fahrzeug dahinterher zu kommen, weil der ist jetzt nicht so ultra schnell. Aber sobald wir ihn dann einmal irgendwie fest haben, sind 8 Leute mit Stopsticks da. Und ich glaube, dann hat er, glaube ich, keine Reifen mehr, würde ich sagen. So, möchte jetzt anscheinend tanken. Okay, jetzt Zugriff. Ist er noch wanted? Ja, ist noch wanted. Zugriff, Zugriff, Zugriff. Oh, damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet, dass wir jetzt plötzlich da sind. Hallo Leute, ihr müsstet aussteigen. Warum bagge ich jetzt hier am Boden? Alles klar, ich bin gerade einfach nochmal runtergefallen. Oh, hier schlägt einer. Oh, ups. Müssen wir einmal direkt tasern. Alles klar, never mind. Wurde jetzt aber festgenommen. Gut. So, wir können jetzt endlich weiter. Das ist immer ein bisschen stressig mit den ganzen Leuten hier drin. Aber das Krankenhaus wird überfallen. Genau, das Krankenhaus. Eine Vendingmaschine wird beim Krankenhaus überfallen. Das wäre sonst ein bisschen schwierig. Aber es ist der gelbe Porsche. Alles klar, sind wir direkt vor Ort. Fährt jetzt weg. Alles klar. Müssen wir direkt einmal hinterher. Er fährt natürlich jetzt hier auf die Schnellstraße. Da haben wir halt, glaube ich, keine Chance. Aber da ist ein GLC. Da könnt ihr jetzt gut, glaube ich, vorweg fahren. Da ist auch eine E-Klasse. Sollte auch Polizei sein, glaube ich. Aris wird überfallen. Leider nicht auch so. Ja, okay. Jetzt, 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 jetzt. Weiter hinterher. Fährt hier nach rechts. Hat, glaube ich, sogar schon platt Reifen. Aber nee, das sieht beim Porsche, glaube ich, immer nur so ein bisschen danach aus. Ähm. Warum? GLC, warum? GLC, warum? Da war genug Platz. Ja, und du, GLC, oh Gott, bitte. Ja, ist halt immer ein bisschen stressig, weil man ein großes Fahrzeug hat und da halt immer sehr viele Leute sind. Er sollte jetzt noch ein bisschen wanted sein, denke ich, weil er ja jetzt wieder neu was überfallen hat. Aber leider keine illegalen Sachen hat. Zieh an den vorbei, ich play stop six. Ja, schwierig, wenn der so 300 kmh fährt und wir 150, ist ein bisschen unfair, würde ich sagen. Aber weiter hinterher. Bis jetzt läuft es relativ gut. Oh, verunfallt, verunfallt, jetzt, 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 jetzt davor setzen, aussteigen, stop six. Ja, 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 das sollten wir schaffen. Stop six werden platziert, ja. Ich habe zwei gemacht, die anderen zwei wurden von einem anderen gemacht. Da können wir direkt hinterher. Was zum... Ja, der Porsche fährt da hinten off, aber warum? Was ist denn das? Warum bin ich denn hier... Oh mein Gott, ich kriege so einen Anfall, ne? Das ist unfassbar. Ja, okay, sind wieder frei, wird halt relativ schwer. Fahren jetzt nochmal lang. Mit Glück ist er hier irgendwie auf den Bahngleisen stark. Ne, leider nicht. Okay, da können wir es, glaube ich, vergessen. Warum ist da hinten Bus? So, die Frage. Okay, es wird geschrieben Juve. Keine Ahnung, könnte wer sein. Da war eben auch ein komischer Notruf mit Juve. Aber es ist nichts passiert. Vielleicht gleich. Was möchte... Was macht der Bus da? Geht es dem gut? Ich glaube nicht. Da, Cayenne rechts. Wo ist ein Cayenne? Ich sehe hier kein Cayenne. Egal. Ey, wollt ihr mich eigentlich... Aber der Zug kommt von da. Ist also alles safe. Wobei, ich könnte hier einmal kurz nach hinten fahren. Nein, Spaß, Spaß, Spaß. Ich hätte jetzt gemeint sein können, bin ich aber nicht. Ich bin ja ganz nett immer zu meiner Community. Der Toolshop wird überfallen. Das ist aber, glaube ich, relativ egal für uns. Er ist immer noch wanted. Wie genug andere. Ja, Bentley, komm, wir verfolgen dich. Also, die Hälfte des Servers ist Polizei. Die andere Hälfte müsste eigentlich alle gefühlt wanted sein. Polizei, könnt ihr aufhören, euch gegenseitig wegzurahmen? Ich glaube, das wäre relativ gut. So, einmal hinterher ist maybe wanted. Haha, JL, denke ich. Ja, ist Bahu anscheinend. Könnte passen. Ein Stern, acht illegale Gegenstände. Werden Bomben sein. Ja gut, dann einmal hinterher. Wir müssen gucken. Okay, verunfallt, verunfallt. Jetzt, jetzt, jetzt. Und, äh, wo sliden die hin? Stop6 maybe is stuck. Ja, okay. Bahu gibt auf. Hier ist noch ein Fahrzeug. Ein AMG. Das könnte natürlich auch jemand sein, der wanted is. Hallo, Stop6. Warum? Warum können Leute... Also, sorry. Andere, wenn ich hier lang fahre, können die hier in mir drin. Und trotzdem sind alle platt. Und ich kann nicht 10 Meter davor placen. Okay, ich kann mich da placen. Aber sein Fahrzeug war hier gefahren. Ach, ich weiß es auch nicht. Warum hubst du mich an? Ich bin Polizei. Ich habe hier Rechte. Okay, auf dem Juve-Dach ist wer? Okay, das könnten die Sniper-Schüsse sein. LKW. Ich kann nichts dafür. Okay, wir machen hier eine Demo. Wie die Bauern, okay? Solidarisieren. Machst du ab morgen auch? Nee, ab heute so gesehen. So, die Osso wird überfallen. Wir fahren aber einmal zum Juvelier, weil da waren irgendwie Sniper-Schüsse. Ich dachte, nee, ist nichts los. Aber am Sniper hat gerade gesagt, ist was los? Sehen wir hier wen? Da nicht. Hier rechts aber, okay. Direkt einmal Waffe zücken. Ich habe halt keine Leiter. So ist problematisch. Ja, er flüchtet nach hinten. Er flüchtet nach hinten, glaube ich. Ja, da ist er. Da ist er. Ist er weggelaufen. Der kann halt überall da oben sein. Hat mal geschrieben, SEK Leiter. Der kann halt wirklich überall sein. Alles klar, Nightbird schießt auf sein Fahrzeug und da ist eine Bombe hochgegangen. So, SEK platziert Leiter. Ja, du musst ja einmal hoch. Er wirft eine Bombe runter. Er wirft eine Bombe runter. Ähm, ja. Der Typ ist schlau. Der Typ ist wirklich schlau. Aber so reicht das nicht. Robin, ich schiebe dich hoch. Oh mein Gott, ich sterbe halb. Ja, sein Fahrzeug ist gespawned. Er ist also gelieft, okay. Der Juwelier wird wieder überfallen. Family Police Officer ist down. Das ist aber hier gewesen. Der Juwelier wird wieder überfallen. Hier ist Nittaya. Stop-Six werden maybe platziert. Ja, werden jetzt platziert safe. Wie? Wie kann das sein? Wirklich? Es ist so unfassbar. Ich kann nie Stop-Six platzieren. Es ist so unfassbar. Sinn platziert. Ein platter Reifen. Alles klar, warum bleibt der denn stehen? Schießen auf seine Hinterreifen. Ja, hat noch einen platten Reifen, aber nicht wegen mir. Schade. Da sind Schüsse. Rechts. Rechts. Der Bugatti. Seid ihr denn Wahnsinn? Ach so, das ist gar nicht Robin. Ich dachte, das wäre Robin. Kann ich jetzt mal bitte treffen? Jetzt wird Bahu getasert. Alles klar, er ist jetzt aber down. Ich kann das alles nicht mehr. Ich denke mal, der Bugatti wird hier auch nochmal rumlungern und irgendwas machen wollen. Kritisch. Ne, da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Ja, ist alles soweit safe anscheinend. Da ist ein Bugatti, der jetzt sehr abbremst, weil er anzieht. Okay, Stop-Six maybe. Ja, bremst ab. Ist aber nicht wanted. Okay, alles safe. Also, hat er gerade geschlagen? Ne, hat er nicht. Okay, ich dachte für eine Sekunde. Für eine Sekunde dachte ich. Containerschiffe drüberfallen. Dann fahren wir da mal direkt hin. Einmal umdrehen. Und dann Vollgas dahin. Ey, dieser Wendekreis ist auch schon wieder unfassbar. Positiv gelaunt. Rein da. Wir müssen jetzt einmal nur lang. Okay, Bahu wurde wieder festgenommen. Stabil. Okay, da ist ein Bugatti, der wegfährt. Rückwärtsgang. Der hat eben wahrscheinlich auf uns geschossen. Gut, dann müssen wir hin. Stop-Six platziert. Halbplatte Reifen. Äh, GLC nicht rückwärts. Okay, doch. Muss er eigentlich schon. Ist schlau. Läuft weg. Ist hol. GLC. Du craschst mich ein bisschen weg. Ja, okay. Laufen wir, laufen wir, laufen wir easy. Never mind. Wie schlecht kann man tasern? Bitte nicht. Ja, Soul. Kann ich auf die schießen, maybe? Ne, kann ich nicht. Also kann ich schon, aber Illegal File Usage. Nicht so prickeln. Ist die... Ja, die ist auch gewohntet. Warum nehme ich sie nicht fest? Ja, einmal festnehmen. Wurde aber schon festgenommen. Soul. Ich möchte dich gerne einmal tasern. Wenn dies möglich wäre, wäre ich sehr erfreut. Ja, ist geteasert. Wird jetzt auch festgenommen. Sehr, sehr nice. Hier sind Sniper Schüsse, aber ich glaube zu Unrecht hier. Q5 kannst du mitnehmen. Viel Spaß. Ah, Nightbird sogar. Okay, das wird witzig. Viel Spaß holen mit 1 Stunde Auto-RP. So, einmal zum Fahrzeug zurück und dann geht es weiter auf jeden Fall. Alles klar, es gibt wieder einen Notruf, Bus und ja, ich weiß, warum der Bus jetzt da steht. Bahu dann einmal festnehmen, natürlich hier rein schallern. Perfekt. Nein, 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 nein. Nein, ich stelle mein Fahrzeug hier sowas von weg. Das wird sonst sowas von reingeschoben. Das wird erstmal jetzt auf 10 Kilometer Abstand geschoben. Jetzt suchen wir uns einen Platz hier. Wir müssen nur gucken, wo sind die Bomben? Es gibt keine Bomben oder was? Ja, egal, hier hinten rechts kann ich schaden. Es gibt nicht mal Bomben, habe ich das Gefühl, aber okay. Ah, doch, es gibt Bomben. 3, 2, 1, wir fliegen. Okay, nein, ins Wasser, ins Wasser. Ich wollte ins Wasser. Nein, warum bin ich aus? Nein, ich bin ausgestiegen. Oh mein Gott, jetzt bin ich im Wasser, aber tot. Nein, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich dachte, ich kann aussteigen und mich noch saven als Einziger und dann hätte ich gelacht. Jetzt ist es aber eher so, glaube ich, dass die anderen alle im Wasser überleben. Und ich bin der Einzige, der down ist und alle lachen über mich, aber... Passt schon, ey. Wir sind gestorben. Muss ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen, ne? Wir sind down, ja, wir sind ins Wasser gefallen. Ich habe nichts mehr weiter gesagt, weil ich einfach eingesehen habe. Das war jetzt nicht so das Beste, glaube ich. Genau, wir sind down gewesen. Durften jetzt wieder saftig Geld bezahlen. Gibt nichts Besseres, glaube ich. Naja, das war es aber auch mit dem heutigen Video. Es war eigentlich sehr, sehr nice. Wir hatten eine große Polizeiarmee mit 8 Leuten oder ähm... Woher kommst du denn jetzt? Dieses Aim, oh mein Gott, ist das krank. So, er ist down gut. Ähm, ja, genau. Genau, Polizeiarmee finde ich relativ OP, weil in dem Fahrzeug, in dem Mercedes Sprinter, kannst du einfach insgesamt 8 Leute mitnehmen. Alle Polizei, alle bewaffnet. Hast du Kriminelle, easy weg. Und nochmal Schüsse, geil. Was ist hier los? Alles klar. Nicht mal mein Outro kann ich in Ruhe machen. Immer wird man gestört. Ne, jetzt bitte nicht. Alles klar, ich bin verwirrt. Ja, auf die Reifen schießen, I guess. 1 kaputt. 2 kaputt. 3 kaputt. Und 4 kaputt. Jetzt kann er, glaube ich, nicht mehr flüchten. Ist er da jetzt noch drin? Schlagstock Action. Ah ja, genau da. Taser wurde festgenommen oder wird jetzt festgenommen. Ne, wird umgeschossen. Perfekt. Unnötig, aber na gut. So, jetzt aber. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.